Trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle sieben Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Finn und heute gibt es ein ganz wichtiges Video und ihr seht schon, ich bin mit meiner Freundin Marie in einer Lobby. Ja, weil heute wollte ich mit Marie ein bisschen spielen und ich muss euch was Wichtiges sagen. Ja, und ich muss nämlich mal den Max anrufen, weil wir müssen euch was Wichtiges sagen und ich rufe ihn jetzt mal auf Discord hier an. Einen Moment. Hallo Finn, wie geht's dir? Hallo Max, ich nehme gerade ein Video auf und ich wollte den Leuten sagen, was ganz wichtig ist, weil wir haben uns nochmal in der Schule getroffen und ja, wir haben uns vertragen. Ja, das stimmt, aber weißt du, Finn, es muss ja eine Geschichte erzählen, was mit die Marie heute passiert ist. Was passiert mit Marie? Die war so ganz komisch zu mir, die haben mich die ganze Zeit ignoriert. Wie meinst du das? Was genau passiert, Max, heute mit Marie? Weißt du, ich hab die, Marie hab ich gefragt, willst du mir ein Blatt leihen? Und dann hat sie einfach gesagt, gar nichts gesagt. Und der hat einfach woanders hingeguckt. Und dann hab ich sie gefragt, warum sie mir nicht antworten, antwortet. Und dann hat sie, äh, dann hat sie einfach gar nichts gesagt und hat mit einer Freundin geredet dann. Oha, das ist voll fies von Marie. Ich weiß auch nicht, was das soll. Ähm, ich schreib das mal Marie in den Chat, das geht gar nicht. Marie, warum warst du so fies zu Max? Jetzt bin ich mal gespannt, was die, ähm, in den Chat schreibt. Was hat sie, was hat sie geschrieben? Sag mal. Äh, die hat geschrieben, Max ist voll doof, ich hasse Max. Ey, das find ich voll blöd von Marie. Die muss akzeptieren, dass ich mit dir befreundet bin. Warum ist die so blöd, Finn? Ich hab eigentlich gar nichts gemacht. Oha, ich glaub, wir müssen jetzt mal Marie richtig fies pranken. Ja, wir machen jetzt einen, einen Prank an dir. Ähm, ich schreibe das jetzt mit ihr. Schluss mache. Nein, mach das, mach das, mach an, was anderes. Das ist vielleicht komisch, wenn du das direkt schreibst, oder? Okay, was, was meinst du, was soll ich schreiben? Frag die Marie mal was, was ich ihr getan habe. Weiß, hab gar nichts gemacht. Okay, ähm, schreibe, was hat Max dir gerannt? Eigentlich war alles immer gut mit ihr, ich versteh das nicht. Weiß ich nicht, Mädchen sind doof. Echt so. Oha, der hat geschrieben, ähm, Max nervt mich voll, der guckt mich immer an. Aber was soll ich denn, wo soll ich denn sonst hingucken? Versteh das nicht. Das ist voll gemein von ihr. Was, wir, wir, jetzt machen wir den Prank. Ich mag die jetzt nicht mehr. Ich versteh das alles nicht. Ich, ich schreibe jetzt das, ähm, Prank, ähm, und, ähm, am Ende löst sich aber auf, weil sonst ist, ähm, zu fies. Und ich schreibe, oha, du bist voll doof. Ich mache Schluss. Jetzt musst du gucken, was sie schreibt. Was schreibt sie denn? Sie hat, ähm, ganz viele, ähm, Emozi mit Weinen, ähm, geschickt. Hä? Es ist voll gemein von ihr, ähm, sie muss dich besser behandeln, weil du bist mein bester Freund. Ja, das ist ganz nett von dich, Finn. Tut mir nochmal leid, dass ich, äh, kaum von dir kaputt gemacht hab mit Lukas letztes Mal. Ja, ich hab an dir so verziehen und, äh, du hast dich auch in der Schule bei mir entschuldigt. Und ich schreibe jetzt zu Marie, ähm, weil du so gemein bist zu meinen Freunden. Marie hat geschrieben, bitte, Finn, ich liebe dich, es tut mir so leid. Aber die lügt nur. Aber ich glaube, ähm, ich muss ihr schreiben, ähm, jetzt hat sie es, glaube ich, verstanden. Jetzt muss ihr schreiben, dass es nur, ähm, Prank war. Und dann kommst du auch in die Lobby, okay? Nein, schreib noch was anderes. Schreib noch, schreib noch, die soll sich bei, bei mich entschuldigen. Okay, okay, sie hat gesagt, dass sie dich entschuldigt. Ähm, kannst du kurz in die Lobby kommen? Ja, ich komm in die Lobby eben, warte kurz. Okay, ich bin jetzt in der Lobby, Finn, siehst du mich? Ja, ich sehe dich und jetzt bin ich gespannt, was Marie schreibt. Soll ich, was soll ich, was soll ich schreiben? So, ich hab jetzt Hallo geschrieben, was soll ich jetzt machen? Oder es schreibt jetzt erst die Marie, oder? Ich bin... Oh ja, die Marie schreibt. Oh, die Marie schreibt. Guck mal, die schreibt was. Oh, Marie hat geschrieben. Es tut mir so leid, Max, ich mag dich doch auch. Aber warum ist die so doof zu mir? Versteh, versteh das alles nicht, Finn. Aber wird sich jetzt bei dir entschuldigt, Max? Und vielleicht, ähm, ist jetzt immer nett zu dir. Hm? Aber ich finde die immer noch fies, weil die so doof war, hat sie in die Schule zu mir. Aber, äh, aber ich sag trotzdem, ist okay. Okay, okay, ähm, und, ähm, dann schreib ich jetzt, ähm, danke, Marie, aber es war nur Prank. Ja, schreibt er das. Mal gucken, ob die dann immer noch Entschuldigungen zu mich sagt. Und, ähm, ähm, dann schreib ich noch so, sorry. Ja. Hahaha. Mal gucken, was sie jetzt sagt. Oha, sie ist gegangen. Oha, sie hat beide so gemeint, sie wird das Nobby verlassen. Warum ist sie gegangen? Ich versteh das nicht. Ich muss doch ein bisschen Spaß verstehen. Mann, Mädchen sind so doof. Das, ich versteh das alles nicht, Finn. Ähm, ich muss jetzt noch mal, ähm, die Marie anrufen. Hallo, Marie. Nein, bitte hör mir kurz zu, Marie. Ähm, es tut mir voll leid. Ich würde niemals, ähm, mit dir Schluss machen. Ja, wirklich. Das war wirklich nur ein Prank. Und das war auch voll die dumme Idee, bitte. Bitte glaub mir doch, Marie. Es tut mir voll leid. Bitte lass uns für immer zusammenbleiben. Okay, bitte, ähm, aber bitte, du bist die allerbeste Freundin. Und wir gehen morgen Burger Pommes essen, okay? Und ich zahle dich auch mit meinem Tastengeld. Und dann lade ich dich zu Burger Pommes ein. Okay, und bitte, Marie, ähm, und Markus auch voll nett. Und bitte, ähm, tut mir leid, Marie. Okay, tschüss. 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 Vielen Dank.